Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur Bundesliga-Prognose des 19. Spieltags. Die Rückrunde ist somit am Wochenende gestartet. Der DFB-Pokal ging ja jetzt auch unter der Woche weiter und damit steht auch schon wieder der nächste Spieltag der Fußball-Bundesliga vor der Tür. Wir blicken natürlich wie gewohnt auf alle neun Spiele. Es gibt eine kurze Vorschau plus natürlich auch noch meine Prognose, wie diese Spiele ausgehen könnten und ich würde mal sagen, wir gehen direkt rein in die Bundesliga-Prognose für den 19. Spieltag. Legen wir erstmal los mit dem Blick auf die neun Partien. Am Freitagabend legt der FC Augsburg los gegen Bayer Leverkusen. Beide wollen nach den Pleiten am Vorwochenende unbedingt die nächsten drei Punkte. Dortmund und Freiburg haben wiederum letzte Woche gegen Augsburg und Leverkusen jeweils gespielt und Siege feiern können. Das soll natürlich genauso weitergehen. Beide kämpfen ja aktuell um die Champions League und auch um die Meisterschaft. Apropos Meisterschaft. Union Berlin ist davon nur einen Punkt entfernt. Die empfangen am Samstag Nachmittag Mainz 05. Zudem haben wir auch noch den 1. FC Köln gegen RB Leipzig und auch RB ist ja oben mit dabei. Abstiegskampf ist angesagt in Bochum. Die empfangen die TSG Hoffenheim und könnten mit einem Sieg punktgleich ziehen mit der TSG. Ansonsten haben wir auch noch Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC. Bei den Berlinern war ja einiges los. Fredi Bobic ist weg. Die Derby-Pleite. Der 17. Tabellenplatz. Vieles läuft nicht gut. Mal gucken, was jetzt gegen die Eintracht so möglich ist. Das Topspiel der Woche. Am Samstagabend bestreiten dann Borussia Mönchengladbach und Schalke 04. Zwei Mannschaften, wo man sicherlich aktuell schwer einschätzen kann, in welche Richtung sich die Saison noch entwickeln könnte. Sonntag blicken wir dann vor allen Dingen auf den VfB Stuttgart gegen Werder Bremen. Bremen letzte Woche mit einem wichtigen Erfolg gegen Wolfsburg, um eben nicht unten reinzurutschen. Der VfB ist unten drin. Und mal gucken, ob es jetzt in der Bundesliga auch den ersten Sieg gibt unter Bruno Labbadia. Abschließend dann noch Wolfsburg gegen die Bayern. Auch das sicherlich eines der Top-Duelle rein von den Tabellenplätzen an diesem Spieltag. Bayern will natürlich Platz 1 behaupten. Und ich finde, der Spieltag macht sehr, sehr viel her. Und wir legen jetzt direkt mal los mit meinen Tipps und starten natürlich mit Augsburg gegen Leverkusen. Der FCA war ja im Wintertransferfenster das Team, welches am stärksten verändert wurde. Wir haben sieben neue Spieler. Und ich finde, wenn man sich die Transfers so anschaut, macht Stefan Reuter da schon vieles richtig. Es sind junge Talente, hungrige Spieler, die Bock haben auf die Bundesliga. Die Bock haben, sich in Augsburg und auch mit dem Verein weiterzuentwickeln. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Konzept. Auch wenn es natürlich gewisse Risiken birgt, weil man vor allem auch junge Spieler geholt hat, die die Bundesliga noch nicht kennen. Und man steckt halt weiterhin mittendrin im Abstiegskampf. Relikationsplatz 16 ist ja gerade mal zwei Punkte weg. Nun geht es gegen Bayer Leverkusen, die ja die letzten Spieltage eine sehr, sehr gute Verfassung hatten. Letzte Woche gab es dann die Pleite gegen den BVB mit dem 0 zu 2. Sicherlich hätte man dort ein Tor machen können, vielleicht auch sogar müssen. Man muss aber auch dazu sagen, man kann schon sagen, dass diese Pleite in Ordnung ging. Deswegen ist man erstmal auf Platz 9 so ein bisschen stehen geblieben. Tabellenplatz 6, der ja immerhin für die Europa League oder Conference League reichen würde, ist schon acht Punkte weg. Also da muss auf jeden Fall jetzt erneut eine Serie gestartet werden, um um Europa mitspielen zu können. Ich glaube, das Potenzial hat die Werkself dazu auf jeden Fall. Und gegen Augsburg legen sie damit auch los. Leverkusen gewinnt mit 3 zu 2. Am Samstag Nachmittag haben wir dann eben die Gegner der letzten Woche von Augsburg und Leverkusen mit Freiburg und Dortmund. Der BVB empfängt den Sportklub. Tabellenplatz 4 gegen Tabellenplatz 5. Beide haben 34 Punkte auf dem Konto. Und damit ist natürlich schon mal eine Sache klar. Wir haben hier zwei Top-Teams der Liga, die beide nur drei Punkte hinter den Bayern liegen und zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Der BVB hat letzte Woche in Leverkusen ein gutes Spiel gemacht. Durchaus verdient gewinnen können am Ende mit 2 zu 0. Davor die Spiele war das ja nochmal ein Ticken wackliger gegen Mainz und Augsburg. Aber die Hauptsache ist, man konnte alle drei Spiele im Jahr 2023 gewinnen. Jetzt geht es gegen den SC Freiburg, sicherlich der stärkste Gegner in diesem Jahr. Freiburg konnte letzte Woche Augsburg mit 3 zu 1 schlagen. Es war ein guter, souveräner Auftritt. Man ist oben mit dabei, spielt eine richtig starke Saison. Fährt für mich aber jetzt schon so ein bisschen als Außenseiter nach Dortmund. Also ich glaube irgendwie, dass der BVB auch durch die aktuelle Verfassung so ein bisschen abgerotzt da ist, könnte man vielleicht sagen. Um genau solche engen Duelle dann für sich zu entscheiden. Er ist recht vor allem mit dem Publikum und deswegen gehe ich hier mit dem BVB und sage, Dortmund gewinnt mit 3 zu 1. Union Berlin gegen Mainz 05 ist das nächste Duell und damit haben wir den Tabellenzweiten gegen den Tabellenelften. Bei Union ist ja diese Saison so einiges möglich. Man ist gerade mal ein Punkt hinter den Bayern. Sprich, man könnte sogar Meister werden. Die Champions League ist drin, die Europa League ist drin, die Conference League ist drin. Es sieht schon sehr gut aus, dass man auch in der nächsten Saison in Europa vertreten sein wird. Zudem gab es ja auch gestern den Pokaleinzug ins Viertelfinale. Bei den Mainzern ist das so ein bisschen anders. In der Bundesliga steht man ja schon im Niemands an der Tabelle. Auf Tabellenplatz 11 mit 23 Punkten. Der Abstiegskampf ist immerhin 7 Punkte weg. Aber auch der Kampf um Europa dann schon mindestens so 6 Punkte, zumindest bis Platz 7. Mal gucken, in welche Richtung es da geht. Die Mainzer haben natürlich auch noch heute ein Pokalspiel gegen die Bayern. Was ich natürlich jetzt nicht mit einbeziehen kann, wie es da eben läuft, weil es eben heute Abend erst stattfinden wird. Aber möglicherweise kann das natürlich die 05er auch nochmal so einen Ticken beeinflussen. Ich glaube, Union ist einfach aktuell so gut drauf und ist recht vor einemischer Kulisse, dass sie das Ding ziehen werden. Die Berliner gewinnen mit 1 zu 0. Köln empfängt RB Leipzig und damit haben wir zwei Mannschaften, die sicherlich mit ihrer bisherigen Saison im Großen und Ganzen zufrieden sind. Die Kölner stehen auf Tabellenplatz 12, haben in der Rückrunde oder im Jahr 2023 mit dem Sieg gegen Bremen und den Unentschieden gegen Leipzig und Schalke sehr, sehr wichtige Punkte geholt, um erst gar nicht direkt irgendwie unten reinzurutschen. Klar, Tabellenplatz 16 ist nur 6 Punkte weg. Das kann schnell gehen, dass man dann noch wieder unten reinrutscht. Aber trotzdem steht man aktuell sicher im Mittelfeld. RB Leipzig steht aktuell sicher im Kampf um die Champions-Sieg-Plätze. Genau dort wollte man hin nach einem relativ schwierigen Saisonstart. Marco Rosa hat RB auf Tabellenplatz 3 geführt. Natürlich auch bedingt durch den erfolgreichen Jahresauftakt mit dem Unentschieden gegen die Bayern und den zwei Siegen gegen Schalke und Stuttgart. Leipzig ist für mich hier der klare Favorit und ich gehe auch davon aus, dass RB gewinnt am Ende mit einem 2 zu 0 Ausbärtssieg. Der VfL Bochum spielt gegen die TSG Hoffenheim und das ist für mich so ein Duell, was mit am meisten Brisanz mitbringt am kommenden Wochenende. Vielleicht eines, wo gar nicht mal so viele neutrale Zuschauer draufschauen, aber aufgrund der Tabellenkonstellation der aktuellen Form der Mannschaften ist das meiner Meinung nach schon extrem interessant. Bochum hat ja bislang unter Thomas Letsch wirklich deutliche Schritte nach vorne gemacht. Klar, letzte Woche gab es die 2 zu 5 Pleite gegen Mainz, wo man vor allen Dingen auch in der ersten Halbzeit nicht auf der Höhe war, in der zweiten teilweise gut reagiert hat. Aber trotzdem hat man in Summe auf jeden Fall gemerkt, man ist konkurrenzfähig und man kann durchaus auch die Klasse halten. Und jetzt spielt man halt gegen die TSG Hoffenheim, wo man es selber schaffen kann, wichtige Punkte zu holen und damit auch nochmal ein weiteres Team in den Abstiegskampf reinzuziehen. Denn die TSG hatte die letzten Spiele durchaus Formprobleme, auch letzte Woche mit dem 1 zu 4 gegen Gladbach, die auch nicht so gut reingekommen sind ins neue Jahr. Ordentlich einen am Deckel bekommen und stehen damit auf Tabellenplatz 13 mit 19 Punkten und haben gerade mal 3 Punkte mehr als Bochum. Sprich, gewinnt der VfL, sind sie punktgleich und da ist natürlich schon extrem viel Brisanz mit dabei. Ich glaube hier an ein schwieriges Spiel für beide, wo vielleicht nicht allzu viele Tore fallen werden und glaube am Ende an ein unentschieden 1 zu 1 trennt sich der VfL von der TSG. Die Eintracht spielt natürlich auch noch am Samstagnachmittag gegen die Hertha und auch das ist wieder so ein Spiel, wo man sicherlich mal ganz genau überlegen kann, was denn da so passiert. Denn natürlich ist auf dem Papier Eintracht Frankfurt der klare Favorit. Letzte Woche das Unentschieden geholt gegen die Bayern. Man ist Tabellen 6 da, steht unglaublich gut da und hat Selbstvertrauen. Man spielt nun gegen Hertha BSC, bei denen das halt alles überhaupt nicht vorhanden ist. Man ist Tabellen 17. Man ist katastrophal ins neue Jahr gestartet. Es gab die Derby-Pleite gegen Union, den Rausschmiss von Freddy Bobic, Transfers, die nicht mehr wirklich gelungen sind. Und damit ist es für mich ein Riesenfragezeichen, was bei Hertha im Laufe der Rückrunde noch machbar ist. Letzte Woche gab es ja wie gesagt die 0-2-Pleite gegen Union und jetzt fährst du zu Eintracht und triffst damit auf ein sehr, sehr formstarkes Team. Trotzdem glaube ich schon, dass wir von der Mannschaft von Hertha BSC eine Reaktion sehen werden, dass es deutlich enger wird, dass sie kämpfen werden, dass sie sich vielleicht mit einem Punkt belohnen, aber eben auch nur vielleicht. Ich gehe hier erstmal mit der Eintracht und sage, Frankfurt gewinnt mit 2 zu 1. Top-Spiel der Woche im Borussia-Park. Borussia Mönchengladbach trifft auf Schalke 04. Ich freue mich sehr auf das Spiel, zum einen, weil ich selber live vor Ort sein werde. Nehmen wir für euch natürlich auch dann einen Stadion-Vlog auf, der auf Kiele Football erscheinen wird. Könnt ihr dann sehr, sehr gerne abchecken, aber ich freue mich eben auch darauf, weil das Spiel eine gewisse Spannung mitbringt. Klar, wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken, dann ist Gladbach jeder haushohe Favorit, hätte man aber möglicherweise, ja, vor einer Woche oder vor zwei Wochen nach dem ersten Spieltag im Jahr 2023 gefragt, wer hier der klare Favorit ist. Hätten wahrscheinlich auch viele gesagt Gladbach, aber der wäre es vielleicht noch ein bisschen enger gewesen. Kurz zur Erklärung. Borussia Mönchengladbach ist nämlich alles andere als gut in dieses neue Jahr gestartet, außer eben bis zum letzten Wochenende. Dort konnte man gegen Hoffenheim mit 4 zu 1 gewinnen und damit eben auch, ja, die schwachen Leistungen zuvor wieder wettmachen, mit unter anderem eben auch der Pleite gegen Bayer Leverkusen. Deswegen steht Gladbach auf Tabelle im Platz 8. Ich finde es trotzdem sehr schwer einzuordnen, wo die ganze Reise mit Daniel Farke in der laufenden Saison auch hingehen kann. Das Gute ist, man hat bis auf Jan Sommer keinen Leistungsreger im Winter verloren. Es gab ja reichlich Gerüchte, auch um Marquise Thüram. Alle sind dann auf jeden Fall erstmal noch geblieben. Man trifft nun auf einen Gegner mit Schalke 04, die natürlich rein punktemäßig alles andere als gut in dieses neue Jahr gestartet sind. Es gab die Pleite in Frankfurt, wo man aber trotzdem einiges Gutes mitnehmen konnte. Es gab die desaströse Vorstellung gegen Leipzig, wo man einfach nur grottenschlecht war. Und es gab das 0 zu 0 gegen Köln, wo man okay gespielt hat, wo man sich hätte belohnen können, wo es aber sicherlich auch ein verdientes Remis war. Und jetzt fährst du nach Gladbach zu einer Mannschaft, die glaube ich selber nicht so weiß, wie gut sie ist oder wo sie genau steht. Nach dem Ding gegen Hoffenheim ist natürlich aber auch klar, Gladbach ist hier der klare Favorit. Ob das dann am Ende wirklich so klar wird, hängt glaube ich auch sehr von der Effizienz der beiden Mannschaften ab. Und weil ich da einfach bei Gladbach mehr Potenzial für sehe, gehe ich auch hier mit der Borussia und sage, die Gladbacher gewinnen mit 3 zu 1. Und dann haben wir am Sonntag auch noch Stuttgart gegen Bremen. Werder Bremen kam ja sehr, sehr schlecht ins neue Jahr. Ja, letzte Woche gab es dann, und ich glaube, das kann man schon so klar sagen, den erlösenden Sieg gegen den VfL Wolfsburg mit dem 2 zu 1. Weil hätte man auch dort verloren, hätte man schon eher auch nach unten gucken müssen. So steht man aktuell nach 18 Spielen auf der Bälle im Platz 10, hat starke 24 Punkte geholt. Und erstmal ein Polster von 8 Punkten auf der Bälle im Platz 16. Und das ist sicherlich sehr, sehr gut. Gut, natürlich ist aber auch klar, genau dann darfst du solche Duelle wie jetzt am Wochenende gegen Stuttgart nicht verlieren. Denn die wiederum stehen auf der Bälle im Platz 15 mit 16 Punkten, könnten also mit einem Sieg auch Punkte auf Werder gut machen, die so ein bisschen wieder unten mit reinziehen. Und da ist halt die Frage, ist das machbar aus VfB-Sicht? Denn der VfB hat ja bislang in der Bundesliga unter Labbadia noch kein Spiel gewinnen können. Auch letzte Woche gab es die Pleite gegen Leipzig, aber im Pokal gab es den erlösenden Sieg gegen Paderborn. Nach einem frühen Rückstand konnte man kurz vor Schluss die Partie noch komplett drehen. Und sowas gibt dir natürlich auch einen gewissen Push. Natürlich ist aber auch klar, jetzt kommt mit Werder Bremen eine Mannschaft, die dann eben letzte Woche wieder Selbstvertrauen hätte tanken können. Oder konnten eben auch Selbstvertrauen tanken. Hätte man vielleicht dort verloren, hätte Stuttgart hier eine sehr, sehr gute Chance, den ersten Sieg auch zu holen. Und deswegen gehe ich auch hier dann eher wieder mit einem engen Duell und sage, es gibt ein Unentschieden. Am Ende hier 2 zu 2. Abschließend dann noch, am 19. Spieltag empfängt der VfL Wolfsburg Bayern München. Vor dem Bremen Spiel hatten wahrscheinlich viele gesagt, oh ja, vielleicht hat Wolfsburg ja echt eine gute Chance. Nach dem Bremen Spiel hat man sicherlich jetzt gesagt, ja gut, gegen Werder 1 zu 2 verlieren kann passieren. Es war aber auch keine so gute Leistung und jetzt gab es ja im Pokal auch noch das Aus gegen Union. Auch dort hat man 2 zu 1 verloren. Aber natürlich sprechen wir hier über die Bayern. Und die Bayern sind bislang enttäuschend ins neue Jahr gestartet mit drei Unentschieden. Jeweils 1 zu 1. Letzte Woche ja auch gegen Eintracht Frankfurt. Und natürlich ist man immer noch Erster. Man steht in allen Wettbewerben sehr, sehr gut da. Aber das ist natürlich alles andere als zufriedenstellend bei den Münchnern. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Erst recht, weil die Konkurrenz mit Union, Leipzig, Dortmund und Freiburg höchstens 3 Punkte weg ist. Das ist ja alles unglaublich eng da oben. Also auch Bayern muss hier so ein bisschen aufpassen. Auch die haben ja jetzt unter der Woche im Pokal gespielt. Oder spielen zum Zeitpunkt meiner Videoaufnahme jetzt heute gegen Mainz 05. Sprich, auch da können wir jetzt nicht wirklich analysieren, wie man das Spiel Selbstvertrauen gibt oder vielleicht noch einen weiteren Knick verleiht. Ich glaube aber generell für das Bundesligaspiel am Sonntagabend eher an die Bayern und sage, die Münchner gewinnen das auch am Ende mit 2 zu 0. Und somit sind das meine neuen Tipps für den 19. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. So würde dann am Ende auch nochmal die Tabelle aussehen. Es blieb oben unglaublich eng zwischen Bayern, Union, Leipzig, Dortmund und eben dann auch Frankfurt. Freiburg wird ein bisschen abrutschen auf Platz 6. Aber auch die wäre natürlich dennoch in dieser Top-6-Gruppe dabei. Dahinter in lauer Stellung wären Wausburg, Gladbach und Leverkusen. Im gesicherten Mittelfeld erstmal Bremen, Mainz und Köln. Und ab dann haben wir auf jeden Fall schon so ein bisschen den krassen Abstiegskampf mit Hoffenheim, Augsburg, Stuttgart, Bochum. Hertha hätte dann natürlich wieder keinen Boden gut gemacht. Auch Schalke hätte dann schon satte 7 Punkte rück, schon auf der Bällenplatz 16 und eben 15. Aktuell sind es ja immerhin nur 6. Also da muss man sicherlich auch mal gucken, bei Hertha und Schalke in welche Richtung es sich da entwickeln wird. Vor allen Dingen aber oben ist natürlich die Liga aktuell unglaublich spannend. Und jetzt interessiert mich abschließend natürlich auch nochmal eure Tipps, eure Prognose für den 19. Spieltag. Schreibt die mal gerne in die Kommentare, checkt gerne am Wochenende meinen Stadion-Vlog ab von Gladbach gegen Schalke auf Thiele Football. Und dann sehen wir uns natürlich aber auch hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.